Warum sollte man sich die Folge durchgedreht, die Tatofolge, unbedingt anschauen? Was ist das Tolle daran? Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannender Film, der sehr tricky gemacht ist. Und man kommt relativ spät darauf, wer es ist. Man kann jetzt nicht um 20.30 Uhr sagen, ich weiß ganz genau, der und der ist es. Also der Titel durchgedreht trifft eigentlich, trifft schon sehr, sehr gut, also so die Person.